Also ich habe gerade Urlaub und nicht so viel zu tun und da bin ich auf die Idee gekommen, koffeinfreien Kaffee herzustellen aus ganzen Bohnen. Ich werde noch einen Teil einer Tonka-Bohne rein tun. Und zwar soll es dem Kaffee einen besonderen Geschmack geben. Die Tonka-Bohnen haben ein sehr leckeres Aroma und die erinnern ein bisschen an Vanille. Dann fangen wir mal an. Ich habe den gemahlenen Kaffee zusammen mit dem gemahlenen Tonka-Bohnen-Teil hier reingetan in diese kleine Dose und ich werde es jetzt ein bisschen mischen. So, der Kaffee ist schon fertig. Ich bin mal gespannt, wie er schmeckt. Ich sage sehr, sehr intensiv. Es ist definitiv zu viel Tonka-Bohne für die Menge an Kaffee. Also ich schätze, man braucht mindestens 100 Gramm Kaffee für ein fünftel Tonka-Bohne. Dann würde es ein angenehmes Aroma geben. Bis bald. Tschüss.